Ich bin ne Yuge. Keiner will die Yuge. Richtig. Kann ich gar nicht verstehen. Yuge, Yuge ist hier so der Internet-Explorer unter dem Affen. Das ist voll das weiße Zitat. Hier, ich drück jetzt auch gegen die Tür und jetzt kann der Trader sie aufmachen. Hallo, na meine Süßen. Ich will nur ein bisschen Shotgun-Money aus dem Spawn holen. Hier, geh vorbei. Danke. Hallo. Ach, geh vorbei. I'm walking. Down the street. I'm walking. Ich muss richtig pissen gerade. Boah, ich leck mich gerade auf. William lagged. Und hier ist nirgends mehr Shotgun-Money. Ich kann's nicht fassen, Alter. Ey. Nehme ich ne Mac-10. Hey, Marc, was machst du hier im Spawn? Bleib mal da, bleib mal da. Okay, kein Problem. Ist das ne Fragrant? Ne, das ist nicht. Hätte nämlich jetzt auch ne Trader Freak-Grenade sein können, weißt du. Nicht wahr, Mr. Mark, der von dem Spawn aus hinter mir herläuft wie so eine geile Notge- Was war das? Was war das? Das war über uns, das war über uns. Gut. Ah, hallo. Hier ist Blut. Da ist ne Leiche. Ja. Besser. Dann war's er aber, oder? Dann war er es. Ja, ich würd's auch sagen. Ja, na gut. Ja, aus. Oh. Gut. Wie oft muss ich noch Headshots geben? Ich hab erst... Ach, endlich ne Schwertgen, Alter. Alex einen Headshot und... Und... Gut, wir beide sind's nicht. Das heißt, es ist Desert. Ja. Ähm, du hast kein Radar. Ne. Oh, die Detektive... Oh. 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 Ah, ja. Hat ihre Abmachung. Äh, Marc, ich würd's sagen, du bleibst da. Aber wenn die Türen hier zugehen, können wir uns außer durch den Fahrstuhl nicht mehr connecten. Deswegen... Also, falls er die Türen zu machen sollte. Ah, ich hab ihn hier. Kannst du rüberkommen erst hier. Du... Ich kann... Ich... Ich merk's. Sorry, aber ich kann grad nicht nix machen. Ja, ja. Warum ist das denn bei dir grad so schlimm, Alter? Ehrlich, wenn man ein Stück unter wem steht, dann kann man ihm schon kein Headshot mehr geben. Also, eine Treppe hoch, ein Headshot geht nicht. Ich versuch mal... Echt? Ich starte mal meinen, äh... G-Mod 9. Ach, ne, die Runde ist... Nein, nein! Ich versuch mal meinen G-Mod 9 zu starten. Jetzt krieg ich die ganze Shotgun von hier. Oh, oh, endlich. Äh. Ah! Ist noch preparing. Ich zerschiesch da immer den Monitor, weil... 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 Bopflein, Bopflein. So ein bisschen Blut jetzt überall an den Wänden. Bopflein. So ein bisschen. Ich bin die... Ach man, ich wollte jetzt eigentlich sagen Detective und wollte dann Chaya endlich ihre Waffe geben, aber... Wir haben keinen Detective. Es gibt auch nur einen Traitor. Ah... Dann ist es Chaya. Was? Willst du mich verarschen? Er war direkt hinter dir dabei, alter Chaya. Er war direkt hinter dir. Äh? Er war direkt hinter dir, als du ihn erschießen hast. Ja. Was war jetzt los? Na, ich hab so gesagt, äh... Es ist Chaya und dann erschießt sie mich und Bob steht dabei direkt hinter ihr. Warum hast du dich zum Wort geschossen? Ich hab dich eigentlich erst ein bisschen verfolgt, weil ich... besser treffen wollte. Du hast ihn hier erschossen. Ich stand hier. So geil. Du hast ihn erschossen. Was mir dann immer so einfällt, das erinnert mich an das mit der Kiste. Ja. Er hat auch mal direkt vor mir jemanden erschossen, der gerade eine Kiste hochgehoben hat. Und sie stand hinter der Kiste. Oh loi. Deshalb hab ich sie nicht gesehen. Oh, das war auch ganz nett. Ja, ich hab wieder die ganze Shotgun-Munnie. Oh, yo. Shotgun-Munnie, ey. Oh, und die ganze Diegel-Munnie. Oder ein Großteil. Oh, und während ich nichts zu tun hab, einfach mein EMP-Magazin wieder rumblättern, weil ich's kann. Ach, müsstest du wieder am reconnecten. Da sind sechs Leute. Ne, wir sind schon sechs. Leckt's immer noch? Ich habe keine Ahnung. Wir werden es sehen. Gut. So, einmal hier anmachen, dann kann der Traitor... Och! Geht o... Geht's nicht an? Ach, jetzt. Hey! 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 Raffel. Hey! Ich bin übrigens allein mit Shaya. Warum konntest du hier rein? Weil man jetzt nicht mehr reinkommt. Wenn du kein Traitor bist, dann... Bist du Traitor? Nein! Au, au! Ich bin Traitor? Nein. Aber Ju ist es. Ja, das weiß ich. Das hasse ich an Gmod, das ist immer erst eine Sekunde später. Oh, keine Money mehr, wow. Ja. Du bist... Chaya wurde von Ju weggeschossen. Ups. Chaya wurde von Ju weggeschossen. Ich wurde da rausgezogen. Was soll ich tun? Oh, okay. Du fragst, läuft's? Zack, Traitor? Ich kill Alex und werd ausm... Und werd ausm... Ich hab's nicht rausgezogen? Oh, ne. Oh, 67th Way, ja. So, ich mach mal meine coole Aufnahme wieder an. Wie du meinen Gartenzwerg in meine Eier gelegt hast, Alter. Der sieht aus, als wär das mein Cock, äh, im Ernst. Na gut, zumindest wenn man von unten guckt. Vor allen Dingen, wie oft Ju und ich heute eigentlich Traitor geworden sind. Ja, das ist echt interessant. Zusammenhalt. Warte mal, Marc, bleib mal bitte kurz stehen. Das ist auf dem Server hier irgendwie Standard. Das, wenn man einmal mit denen zusammen Traitor war, dann wird man's immer. Nein. Du hattest den... Naja, oder Marc, wie ich mit etwa gar keinen Traitor. Das ist üblich auch gut. Stimmt, wann warst du heute mal Traitor? Ein, zwei Mal oder so? Naja, ein bisschen öfter schon. Naja, sicher. Also eine Runde hab ich aus Erbers in Erinnerung und eine Runde von Sky Islands. Die eine Runde, wo ich alleine war, toll. Ja. Aber das war auch so. Da hab ich echt nicht in Erinnerung, auch wenn ich mit Marc allein bin. Nicht wahr, Marc? Wir sind hier allein. Das ist... Ich als Traitor-Kollege kann das nicht... Ich bin nicht Check alleine. Das wäre jetzt Raumhaft, aber leider nein. Chaya ist Traitor, ja. Ja, Schüsse. Chaos. Ich schieße in die Luft. Ich hab ja gesagt, in Richtung Chaya, aber nie wirklich gefährlich übernehmen. Hey! Ach! Ich hab Chaya nicht gesehen. Wen? Julian. Von Chaya. Und wo? Ich hab Chaya nicht gesehen. Chaya, sag doch mal. Genau wie das sehe ich sie immer. Trau ich irgendwie, Alter, nicht so. Ach Gott, ist mir jetzt egal. Ich versteck mich jetzt und wer zu mir kommt, stirbt. Ganz einfach so. Weil es sind ja nur noch... Es sind... Ach ne. Doch. Es sind nur noch Boff und... Ja, Boff und Marc sind's übrigens. Wollte ich nur mal angemückt haben. Was? Doch. Weil Desert ist tot, Chaya ist tot. Und... Warum solltest du's nicht sein? Weil ich's nicht bin ganz einfach. Oh. Also Alex ist ein Boff und Marc. Nein. Welcher Alex? Du bitte. Boff please. P-L-I-Z-Z-E. Oh, ein Heli. Ich muss übrigens einmal ganz kurz was machen. So. So. Und ich muss mal ganz kurz was machen und zwar mit dem guten alten Marc hier. Ja. Komm ich zu. Maaah. Ja. Ist das mal... Hast du überhaupt irgendwen getötet? Nee. Awww. Ich töte ihn jetzt mit dieser Waffe. Ach ne. Habe ich jetzt eigentlich nicht so die Lust drauf. Also zu sterben meine ich. Nicht so mein Hobby. Leben hast du? Ähm... Zwölf. Oh. Könnt mein Plan sogar aufgehen. Deswegen hab ich da so ein bisschen Panik. Where are you? Wollte ich eigentlich mit dem Messer töten. Magazin war leer. Sorry, aber wie kann man diese Waffe nur nicht wegwerfen? Macht man nur als Traitor diese Waffe wegwerfen? Hallo? Everyone loves the Internet Explorer. Ich bin Detective Chaya, du kriegst was. Ja! Du kriegst was. Vorausgesetzt ich sterb vorher nicht. Oh. Alle zutöten. Okay. Okay. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Chaya, wo bist du? Ich bin unten irgendwo. Darf ich ihn töten nach dem? Ich seh dich. Bleib da, bleib genau da wo du bist. Bleib genau da wo du bist Chaya, ich seh dich. Äh, das ist... Ne, das ist Alex, der auf mich zielt. Warum machst du das, Alex? Wenn einer so an, in so nem Fahrstuhl rein vorbeifährt. Magst keinen Fahrstuhl. Ähm, wartet Chaya, ich bin fast bei dir. Ich bin fast bei dir. Du sollst hier einfach in der Ecke stehen. Hi. Musst du mit E aufheben. Mit E aufheben. Dankeschön. Gern geschehen. Weh, du tötest mich damit. Dann... Dann... Nee, dann... Dann gibt's... Dann gibt's das. Also, meinetwegen töte mich, aber nicht damit. Ich töte mich mit ner Shotgun, töte mich mit ner Sniper. Ist mir wurscht. Aber nicht damit. Hallo, Julian. Oh, da umbrennt's. Da hat einer Feuer. Komm mir nicht weg. Feuer. Foyee. Ich hab im Schuss gehört ne Rifle. Da hinten irgendwo. Oh, ich bin tot. Nein, ich bin doch. Ich bin tot. Ich... hab ihn runterfallen sehen. Ich identifizier' seine Leiche. Einfach hiermit nicht klarkomme. Oh, 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 oh. Will, will oben bleiben? Danke. Und ich hab grad an irgendwas Schaden genommen. An irgendwas... Schatten auf Feuerschaden. Hier ist die Leiche. Und er ist tot durch Sturz. Ja, hat er gesagt, irgendwie. wir sind da ja auch dir nicht ja also wir haben noch der Sertdorf Morgenschein und mich als Mr. D zwei von uns so schön ich traue ich wenigstens ach du glaubst auch Joe ist es? ja der war vorhin im Shop und hat Joe was gegeben also stimmt verdammt da habe ich mich ja irgendwie verraten ja ne jetzt komm schon komm schon nächstes mal müsst ihr die abmachen nächstes mal wenn Joe Traitor ist muss er Chaya eine AK oder sowas kaufen ach ne AK ja doch dann ja oder Silence oder keine Ahnung ja I trust you me alter ich habe jetzt endlich rausgefunden wie diese scheiß wie dieser scheiß Ventilator funktioniert man darf einfach nicht gegen die Wände ich bin sonst immer gegen die Wände immer jedes mal ich habe gefragt meinst du mich ja ja okay einfach nicht gegen die Wände gar nichts wow hallo Mark wer hat hier geschossen? jemand hinten im Regal überm Fernseher oder neben dem Fernseher? halloo ja gut keine Sorge ich habe nicht auf dich geschossen sondern ein paar Meter vor dir okay die Cake ist auf high Mark Mark Rögen? ja okay geben noch alle? also ich meine außer jetzt Alex ja also alle wichtigen Personen leben noch oh mhm mhm Mark ja gut hey Desert Navi geht's dir mein Süßer tschüss tschüssi ich soll nett sein nein 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 ohhhh was we see the lesbian with each other ne Lüge we see the lesbian with Kai and he's gay wer versteht überhaupt die Anspielung mit we are in lesbians? niemand erst recht ich frag's YouTube ich kenne mich Gott Pilgrim? ne nicht nur vom Namen mhm Mr. Julian mhm mhm darf ich ihn töten? diese Geräusche kenne mir auf die Höh Juh töten wegen den Geräuschen weißt 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 was welche Geräusche? die du so machst die du so von dir gibst ach Mark ach Mark ach boff ach wie alle hier sind zwei von euch ne Chaya lebst du noch? Chaya? 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 boff ja ich würde auch sagen boff ist es er war als einziger nicht bei uns er war als einziger nicht bei uns boff ist KOS ja er schießt auf mich ich bin Detective wo seid ihr oben? ähm zweites Geschoss er ist nicht mehr hier er ist nicht mehr hier oder vielleicht doch ich seh ihn nur nicht ach man nie ich glaub Julian ist es noch weil ich bin's nicht glaub dir nicht dass du es nicht bist ähm hier sind nur Scheißwaffen ah endlich ok also boff ist es definitiv der ist KOS kann ich schon mal sagen ähm ja ja ich wünschte ich nur ich hätte eine Traitor Leiche oder ich hätte Chaya dann könnte ich mir endlich mal die du nein hehehe hehehe ne ne ich bin auch an dem ach ich hab Angst hehehe hehehe so Moment ich muss mal warten bis das Radar wieder aktualisiert ach gut da sinds noch alles klar oh keine Ahnung hat noch nicht aktualisiert ach aber ich hör wenn ich glaub jemand ist ganz oben ja da kommen auch Schuss ah ja ganz oben mich wird geschossen mich wird geschossen oh wow ui oh ich bin so der Pro ne lebst du noch? alter ja ja na gut wow was geil komm an die Ventilator äh wann bist du denn gestorben? du wurdest mir die ganze Zeit noch angezeigt oh ich oder was? hat Fools gemacht ja